Die unregelmäßigen Formen des Konjunktiv 2 setzen wir ein. Wenn das so bliebe. Wenn das ginge. Wenn ich das dürfte. Wenn er das müsste. Wenn sie das könnte. Wenn es besser würde. Wenn er das anfinge. Wenn ich das wollte. Wenn er das bekäme. Wenn wir das wüssten. Und noch einmal. Wenn das so bliebe. Wenn das ginge. Wenn ich das dürfte. Wenn er das müsste. Wenn er das müsste. Wenn sie das könnte. Wenn es besser würde. Wenn er das anfinge. Wenn er das anfinge. Wenn ich das wollte. Wenn er das bekäme. Wenn ich das wüsste. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020